Jungs und Mädels, was geht ab? Es gibt mal wieder eine neue Event-Woche in GTA 5. Dementsprechend gibt es natürlich auch wieder neue kostenlose Gegenstände, die man bekommen kann. Welche das sind und wie ihr die bekommen könnt, das werde ich euch im heutigen Video zeigen. Wir beginnen ganz einfach mit einem T-Shirt und zwar bekommt das jeder direkt, der diese Woche nur ein einziges Mal GTA 5 Online spielt. Ist halt einfach ein weißes T-Shirt, Karin Automobile steht da drauf, ich blende euch das Bild hier aber auch ein. Übrigens, falls ihr selber nochmal auf der Rockstar-Seite nachlesen wollt, dann packe ich euch den Link zu der Seite ganz oben in die Videobeschreibung. Dann machen wir weiter mit einem Design, welches ihr alle bekommen könnt und zwar dem Fleecer-Q-Design für den Übermacht-Cypher. Dieses bekommt ihr, wenn ihr den Fleecer-Überfall abschließen solltet und das Design bekommt ihr dann automatisch innerhalb von 72 Stunden nach dem ersten Login nach dem 15. November. Außerdem habt ihr ja sicherlich alle mitbekommen, dass es in dieser Eventwoche doppelte GTA-Dollar und RP auf alle Originalen Heists gibt. Zusätzlich bekommt ihr aber auch noch bis zum 14. November 500.000 GTA-Dollar als einmalige Zahlung auf euer Macebank-Konto überwiesen, wenn ihr die Raubüberfall-Finale für den Gefängnisausbruch, den Human Labs-Überfall, Serie A-Finanzierung und den Pacific Standard-Überfall abschließen solltet. Und dann gibt es genau wie in den letzten zwei Eventwochen auch wieder den Vorteil für alle Prime-Gaming-Mitglieder. Und zwar können sich alle Leute, die ihr Rockstar-Konto mit Prime-Gaming verknüpft haben, kostenlos die ATC Sanctus abholen, die ihr ansonsten bei Stan Andreas kaufen könntet. Zusätzlich erhaltet ihr dann noch 100.000 GTA-Dollar, falls ihr in dieser Woche einmal GTA Online spielen solltet. Und als wäre das noch nicht genug, bekommt ihr außerdem auch noch exklusive Rabatte, wie zum Beispiel 70% auf den Western Company Bessera und auf den True Fate Z-Type. Das waren dann schon wieder alle Sachen, die wir in dieser Eventwoche bei GTA 5 kostenlos erhalten. Falls ihr auch in der nächsten Zeit keine weiteren Videos wie diese mehr verpassen wollt, dann lasst mir doch sehr gerne auch ein Abo da. Außerdem würdet ihr mich dann auch bei meinem Ziel unterstützen, in diesem Jahr noch die 1.000 Abonnenten zu erreichen. Kurz fürs Zuschauen, schaut euch jetzt gerne auch noch hier die Videos links und rechts an und haut rein.